Hallo, ich grüße euch ganz herzlich wieder zu einem neuen Tune-App-Video. Diesmal nur ein ganz, ganz kurzer Tipp, denn ich bin von vielen Zuschauern gefragt worden, ob ich denn dieses Tagging und diese Alben, ob ich das nochmal ganz kurz eben erläutern könnte. Was ist das Tagging und was ist überhaupt ein Album? Warum gibt es diese Unterschiede überhaupt? Und genau das Thema möchte ich jetzt hier in diesem Clip einmal aufgreifen. Ich hatte euch ja in dem letzten Video schon einmal eine Übersicht gezeigt, wie das Q-Maggie so funktioniert. Wer das noch nicht gesehen hat, der kann ja mal oben auf diese Infobox klicken, da habe ich das nochmal verlinkt. Und da kam wieder die Frage auf, wofür eigentlich dieses Tagging ist. Ja, prinzipiell ist die Frage einfach beantwortet. Es dient zum einfachen Auffinden von Bildern. Also ihr könnt damit große Datenmengen oder große Datenstrukturen, die könnt ihr mit dem Tagging einfacher verwalten. Und das ist genau das, was wir uns jetzt hier anschauen werden. Ich demonstriere euch erst einmal, was das Tagging eigentlich ist. Dazu markiere ich mir mal eben hier ein, zwei Bilder und gehe über diese drei Punkte und kann jetzt hier nun die Eigenschaften für diese Bilder bearbeiten. Und genau hier komme ich auch zu den Tags. Hier könnte ich ein schon vorhandenes Tag auswählen oder bei der Gelegenheit auch gleich ein neues Tag erstellen. Ich erstelle mir einen Tag-Urlaub. Hätte natürlich dann den Vorteil, dass ich in der Zukunft auch noch weitere Bilder zu diesem Tag hinzufügen kann. Nehmen wir mal noch diese zwei Bilder hier mit dazu. Auch diese möchte ich gleich mit dem entsprechenden Tag bearbeiten. Das muss ich dann natürlich wieder über diese Eigenschaften machen und wähle einfach hier den Tag-Urlaub aus. Genau über diesen Weg können wir natürlich jetzt noch viele weitere Bilder, diese auch ganz verstreut irgendwo auf dem System sich befinden, mit hinzufügen. Wollen wir uns das Ergebnis auch einmal anzeigen. Ich gehe mal hier auf mein Entdecken und von dort aus sehe ich ja dann die Tags, also hier das Album getaggt und da sehe ich auch mein neu hinzugefügtes Tag, das Tagging-Urlaub. Und darunter befinden sich halt eben alle Bilder, die ich mit dem Urlaubstag versehen habe. Prinzipiell ist das eigentlich nichts anderes wie ein Album, denn ich sage mal, auch hier werden sozusagen die Bilder, die mit diesem Tag Urlaub versehen sind, werden einfach hier gruppiert dargestellt. Und das betrifft natürlich nicht nur die Bilder, sondern natürlich auch die Videos. Auch die habe ich jetzt hier sozusagen getaggt. So könnte man einen Tag erstellen, ich sage mal als Beispiel für die Hochzeit oder für Feier oder für sonst irgendwelche Events, also praktisch immer dann, wenn ihr kein Album benötigt, weil das Album, wie gesagt, ja, hat natürlich mehr Funktionen, aber in vielen Fällen reicht einfach das Tagging auch. Ich zeige euch das jetzt noch einmal, wofür ich es auch in der praktischen Arbeit nutze, warum ich da dann kein Album mache. Und zwar nutze ich es tatsächlich für meine Video-Hintergründe oder für meine Video-Thumbnails zum Beispiel. Auch diesen Workflow zeige ich euch jetzt hier nochmal. Ich scrolle mal eben weiter runter und dann suchen wir mal ein paar Bilder, die dazu passen würden. Das sind hier so Bilder, die ich für meine Videos benötige. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Punkt, ja, die brauche ich für meine Videos. Das sind also alles Bilder, die ich für YouTube oder für meine anderen Videoclips benötige. Und da macht es in der Sekunde jetzt nicht unbedingt Sinn, dass ich mir diese Bilder halt eben in ein Album stecke. Brauche ich eigentlich gar nicht, das ist gar nicht nötig. Vom Prinzip her würde das natürlich auch gehen, aber ich markiere mir mal jetzt hier in dem Fall alle Bilder, die hier drin sind, von diesem Tag. Man kann das Ganze jetzt natürlich hier einzeln markieren. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber der dauert ja unter Umständen viel zu lange. In meinem Fall ist es also einfacher, mal eben schnell sämtliche Bilder von diesem Tag zu markieren. Das betrifft diese Bilder hier auch. Hier ist es allerdings anders. Hier möchte ich wirklich nur das eine Bild markieren und nicht sämtliche Bilder. Hier ist es wieder ähnlich. Hier brauche ich auch nur ein paar Bilder. Das sind so Bilder, die ich relativ häufig benötige. Ja, das Ganze kann ich jetzt hier wie wild sozusagen weitermachen. Also ich müsste jetzt praktisch einfach mal alle Bilder, die ich da tatsächlich für nutzen möchte, die müsste ich jetzt hier markieren. Habe ich die ganzen Bilder markiert, gehe ich über die Eigenschaften und erstelle mir jetzt hier ein neues Tag. Und was jetzt hier neu ist, wenn ich hier mehrere Bilder konfiguriert habe, ja, dann hat er schon mal erkannt, dass da auf den Bildern überall der Frank drauf ist. Das ist in Ordnung und die eine andere Person erkannt, die brauche ich eigentlich gar nicht. Die schmeiße ich mal wieder raus. Aber ich kann jetzt hier die Tags hinzufügen. Und das werde ich jetzt hier auch tun. Das sind meine Tags für Videos. Also werde ich mir dafür ein entsprechendes Tag einrichten. Das nenne ich jetzt mal YouTube und werde das jetzt hier speichern. Und wenn ich mir das Ganze jetzt nochmal über den Schalter Entdecken angucke, hier auf den Punkt Getagged gehe, dann gibt es jetzt hier auch YouTube. Und das ist, wie gesagt, jetzt hier der entscheidende Vorteil. Dann habe ich diese Bilder direkt im Griff und kann das Bild dann öffnen und kann das Bild dann auch gleich einfach herunterladen oder weiterverarbeiten. Das ist, wie gesagt, das Tagging. Und es dient meiner Weniger eigentlich nur für mich, damit ich diese Bilder zusammenhängend speichern kann. Das würde auch der Fall sein, wenn ich jetzt ein Bild ganz, ganz tief irgendwo, das sind jetzt alles Bilder, die relativ aktuell sind, aber es könnte ja auch durchaus sein, dass ich irgendwo ein Bild habe von vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder mehrere Bilder sogar. Die könnte ich dann mit diesem gleichen Tag versehen. Und wenn ich das Bild dann suche, benötige, dann kann ich es mir ja eben direkt hier öffnen. Wenn ich es öfter benutze, natürlich dann auch gleich hier das mit einem Sternchen markieren und kann mir das Bild natürlich auch gleich hier direkt herunterladen in den verschiedenen Optionen. Einmal in groß, in klein oder auch als Originaldatei. Mit diesem Tag kann man also seine Bilderorganisation oder seine Struktur, seine große Struktur deutlich besser organisieren. So mache ich es zum Beispiel auch, wie ich gerade gezeigt habe. Und ich zeige euch mal noch ein Beispiel, denn damit lassen sich auch große und wilde Strukturen relativ einfach organisieren. Ich nehme mal noch hier ein weiteres Beispiel. Ich habe hier ein paar Bilder. Das sind so Bilder, die ich in Zukunft als Hintergrundbild für meine Videos nutzen möchte. Also suche ich mir einfach hier über die Zeitleiste und dann ist es ja auch unabhängig davon, wie tief das Bild in meiner Datenstruktur wirklich ist, ein paar Bilder raus, die ich genau zu diesem Tag hinzufügen möchte. Vom Prinzip her muss man ehrlichkeit halber sagen, das ist eigentlich nichts anderes wie so ein smartes Album, also ein dynamisches Album. Wenn ich weitere Bilder mit diesem Tag versehe, werden die automatisch in den getaggten Album dargestellt. Das ist so das Grundprinzip. Aber ich bin da deutlich flexibler und könnte mir natürlich ein smartes Album mit mehreren Tags als Kriterium erstellen. Macht also irgendwo Sinn, hier mit den Tags zu arbeiten. So, ich habe jetzt hier ein paar Bilder mal eben markiert und kann das Ganze jetzt über die Eigenschaften mit den passenden Tags versehen. Entweder wähle ich hier einen Tag aus, was es bereits schon gibt. Hier in dem Fall gibt es das Tag noch nicht. Verstelle mir einfach hier eben schnell einen neuen Tag mit dem Namen Hintergründe. So sind jetzt einige Fotos mit dem Tag YouTube versehen und gleichzeitig auch mit dem Tag Hintergründe. Ich kann jetzt hier über den Schalter entdecken gehen und wenn ich auf die Tags gehe, dann gibt es jetzt hier auch das Tag Hintergründe. Da oben gibt es das. Und man sieht das jetzt hier schon ganz gut. Manchmal ist ein Bild auch mit zwei unterschiedlichen Tags sozusagen versehen. Das ist natürlich sehr flexibel und wenn man das so ein bisschen koordiniert, dann kann man sich eine ganze Menge Arbeit sparen. Wenn ich also jetzt gerade ein Video drehe und ich suche ein ganz bestimmtes Hintergrundbild, dann habe ich natürlich jetzt hier den schnellen Zugang. Wenn ich ein bestimmtes Bild suche, was ich für meinen YouTube-Kanal nutzen möchte, ja, dann kann ich einfach hier das Tag YouTube nutzen. Gut, das Ganze würde natürlich ebenfalls gehen, wenn ich das Ganze über die Alben organisiere. Allerdings ist das natürlich ein etwas größerer Weg oder ein, ja, ich sage mal, etwas mehr Aufwand. Prinzipiell würde das natürlich auch gehen. Aber das sind auch verschiedene Paar Schuhe. Album und Tags sind ganz verschiedene Paar Dinge. Könnte ich also praktisch auch parallel nutzen oder beides kombinieren. Das Thema Alben, auch das will ich noch einmal ganz kurz demonstrieren. Unter dem Punkt Alben habt ihr natürlich die Möglichkeit, ein Album zu erstellen nach dem gleichen Schema. Also ich kann auch hier ein Album erstellen. Ich nehme mal so ein simples Beispiel. Ich suche jetzt nun die Bilder raus, die zu diesem Album gehören sollen. Ich nehme mal als Beispiel jetzt hier diese Bilder, benenne das jetzt mal einfach nur Fitness und werde jetzt hier auch mal diese Album-Berechtigung gar nicht großartig verändern, sondern ich bleibe einfach mal hier bei den Berechtigungen und lasse allen Benutzern hier den vollen Zugriff auf dieses Album. Das ist schon der Unterschied. Ich kann also jetzt praktisch hier diese Bilder, die sich in diesem Album befinden, ja, die kann ich jetzt natürlich mit entsprechenden Berechtigungen konfigurieren, was ich aber den Tags nicht machen kann. Ich könnte natürlich diese Bilder auch gleich oder dieses Album, damit auch diese Bilder, die könnte ich natürlich auch gleich ebenfalls hier öffentlich freigeben, damit auch meine Gäste darauf zugreifen können. Mache ich jetzt mal nicht, sondern es ging ja nur darum zu zeigen, wofür ich denn dieses Album machen möchte. Ich nehme mal noch hier das Bild mit hinzu. Das ist so ein Bild, was natürlich nicht da reinpasst, aber das will ich ja auch genau und eben einmal demonstrieren. Jetzt habe ich hier dieses Album erstellt. Ich kann jetzt hier die Album nochmal bearbeiten und ich kann jetzt hier auch das Album freigeben. Ich kann das Album hier teilen und kann jetzt diese Freigabe sozusagen dafür nutzen, um diese Freigabe mit anderen Leuten zu teilen. Die können sich dann mit dem Album verbinden und können dann diese Bilder zum Beispiel herunterladen, herunterladen, ansehen, eine Fotosuhe machen, was auch immer. Das Deckblatt von dem Album, ja, das kann man natürlich auch verstellen. Ich sage mal ganz einfach hier, wenn ich sage, das ist das schönere Deckblatt, dann möchte ich gerne dieses hier als Deckblatt festlegen und wenn mir dort ein Bild hineingerutscht ist in das Album, was da eigentlich gar nicht reingehört, deswegen habe ich das Bild mal dazu genommen, dann werde ich das einfach hier aus dem Album wieder entfernen. Ich möchte das Bild aber nicht löschen, sondern ich möchte das einfach nur aus dem Album entfernen. Deswegen müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, wenn ihr auf den Schalter löschen drückt, also auf den Papierkorb, dann ist das Bild natürlich im Papierkorb. Aus dem Album entfernen. Das ist genau der Punkt, den ich machen möchte. So, habe ich ein Album erstellt, dann kann ich natürlich über den Weg auch weitere Bilder zu dem Album hinzufügen. Dazu suche ich mir mal andere Bilder heraus, die vielleicht auch noch dazu passen würden. Und hier macht sich jetzt auch schon gleich die Ansichtsfunktion bezahlt. So, hier habe ich ein paar Bilder gefunden, die auch noch zu diesem Thema passen. Das Prinzip ist ja klar. Ich markiere diese Bilder und muss diese Bilder jetzt nun zu einem Album hinzufügen. Das mache ich wieder über diese drei Punkte hier oben oder aber ich könnte es auch genauso gut über diesen Schalter hier oben machen. Das führt am Ende dann zum gleichen Ergebnis, ob ich nun das über den oder den Weg mache. Und diese Bilder möchte ich auch zu dem Album Fitness hinzufügen. Ist dieses Album eventuell freigegeben oder hat dieses Album bestimmte Berechtigungen, dann bezieht sich das natürlich gleich automatisch auch auf diese Bilder. Wie gesagt, das ist bei dem Tag natürlich etwas anders. Denn das ist eigentlich auch ein Vorteil. Ich kann natürlich ein Bild in verschiedenen Alben haben und ich kann ein Bild oder ein Video auch mit verschiedenen Tags sozusagen verknüpfen. Das ist also das eigentlich, worauf es letztendlich ankommt. Ich mache noch mal ein simples Beispiel, wofür ich es auch nutze. Nehmen wir mal hier diese beiden Bilder. Das lohnt sich also jetzt auch nicht, dafür ein Album zu erstellen, weil ich möchte mit diesen Bildern auch keine Freigabe oder Ähnliches einrichten, sondern mir reicht es eigentlich auch eigentlich dafür ein entsprechendes Tag mache. Auch das werde ich jetzt hier noch einmal tun. Ich werde mir dafür dann ein neues Tag erstellen und das nennt sich hier Freude. Das reicht mir eigentlich schon, wenn ich dafür ein neues Tag erstelle mit dem Namen Freude oder auch mit dem Namen Angst. Wie gesagt, ihr könnt euch das hier natürlich entsprechend so konfigurieren, wie ihr das gerne haben möchtet, wenn ihr den Überblick sozusagen hier auch wirklich habt oder wenn ihr wirklich wisst, wie ihr mit diesen Bildern auch schnell umgehen könnt. So, jetzt habe ich mir hier weitere Tags erstellt und jetzt habe ich hier das Tag YouTube. Da sind jetzt natürlich schon mehr Bilder drin und es gibt hier auch das Tag Freude. Also das sind die Tags und das ist halt eben der Unterschied. Bei den Tags, da habt ihr das sozusagen ein bisschen selbst in der Hand und die Bilder werden natürlich nicht verschoben. Beim Album werden die Bilder natürlich auch nicht verschoben. Aber ihr habt dann zumindest hier die Option, euch Bilder sozusagen zu kategorisieren. So will ich es mal einfach nennen. Denn es kommt ja häufig vor, dass ich irgendein Bild suche, was zu irgendeinem Themengebiet passt. Bei mir ist das wie gesagt hier die Videoerstellung für die YouTube Clips. Da habe ich natürlich viel Material, viele Bilder und auch viele Clips sozusagen. Also ich müsste das Ganze jetzt natürlich hier noch ein bisschen ordentlich machen und müsste das Ganze noch mal optimieren, damit hier auch noch mehr Bilder reinkommen. Und da seht ihr schon, dass manche Bilder eben auch tatsächlich mit mehreren Tags verbunden werden können. Okay, jetzt könntet ihr natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen und euch auch aus diesem YouTube Tags hier oder beziehungsweise aus mehreren Tags könnt ihr auch gleich ein Album erstellen. Dann könntet ihr euch ein smartes Album erstellen und könnt dann gleich auch hier diese Tags sozusagen dafür nutzen als Basis für dieses smarte Album. Und dann habt ihr auch ein Album und hier seht ihr schon, bei dem Album ist halt eben die Funktion, dass ihr das Ganze teilen könntet. Also wie gesagt, muss man halt eben selber entscheiden, ob man das benötigt in der Sekunde für diese Bilder oder man das nicht benötigt. Wie gesagt, ich arbeite da nicht ganz so viel mit den Alben, zumindest mit solchen hier nicht. Ich nutze dieses Thema mit dem Tagging. Das nutze ich also relativ viel in meiner realen Umgebung. Das ist ja jetzt hier nur eine Testumgebung, die ich speziell hier für YouTube eingerichtet habe. Damit habe ich jetzt auch diese Frage wohl ausreichend beantwortet. Und wenn ihr noch weitere Videos zum Thema QNAP sehen möchtet, ja, dann schaut mal bei uns im Kanal. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an QNAP-Videos zu ganz unterschiedlichen Themen, die ich hier für QNAP bereits zusammengestellt habe. Und wenn euer Thema da nicht dabei ist, ja, dann nutzt doch gleich hier die Kommentarfunktion und schreibt mir gerne mal eure Wünsche in die Kommentare. Ja, wenn ihr die Videos von mir nicht mehr verpassen möchtet, dann solltet ihr den Kanal gleich abonnieren. Und dann würde ich sagen, da bin ich jetzt raus. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar Vorschläge für euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung. 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 Vielen Dank.